Prinzessin Undercover. Enthüllungen. Von Conny Glynn. Aus dem Englischen von Maren Illinger. Gelesen von Monika Oschek. Eine Produktion des Argon Verlags. Prolog Im düsteren Kellerverlies unter dem Königspalast von Maradova lag ein junges Mädchen auf einer dünnen Matratze. Die Zellen waren kahl, aber bestens gesichert. Die königliche Familie von Maradova konnte hier Gefangene über Wochen und Monate festhalten. Das Mädchen lag reglos da. Nichts deutete darauf hin, wie heftig es in ihrem Kopf arbeitete. Jeden einzelnen Tag hier unten feilte Saskia San Martin an ihrem Fluchtplan. Sie prägte sich die Arbeitsschichten jedes Wächters ein und beobachtete, wie die Kameras funktionierten. Über sich hörte sie das Gluckern in den Rohren und die Schritte der Menschen oben im Palast. Sieben Wochen waren vergangen, seit ihr Versuch gescheitert war, die Prinzessin von Maradova zu entführen. Bald würden sich ihre ehemaligen Klassenkameraden zu Beginn des neuen Schuljahres in Rosewood Hall einfinden. Den Wachen hatte sie nicht ein Wort über Leviathans Pläne verraten. Sie weigerte sich, den Mund zu öffnen und wenn, dann nur um den einen Satz zu sagen, den sie in der ganzen Zeit ihrer Gefangenschaft wie ein Mantra wiederholt hatte. Ich will mit meiner Herrin Anastasia Alcroft sprechen. Die Minen der Wachen verrieten ihr allerdings, dass niemand Anastasia benachrichtigt hatte. Mit jeder Sekunde wuchs ihre Furcht. Die Verletzungen, die Jamie, der Partist, der Prinzessin ihr zugefügt hatte, verhalten allmählich. Partisten wurden von klein auf darauf trainiert, ihren Herrn oder ihre Herren zu schützen. Sie waren die perfekten Bodyguards. Und Jamie hatte unerbittlich gekämpft. Eine abklingende Blutung im Auge und eine kleine Wunde am Kiefer waren das Einzige, was Saskia noch an ihre peinliche Niederlage erinnerte. Die Leute von Leviathan konnten jederzeit mit Phase 2 ihres Plans beginnen. Doch solange Saskia in dieser Zelle hockte, konnte sie nichts tun, um Anastasia zu schützen. Leviathan hatte ihr zugesichert, dass man Anastasia nichts antun werde und dass Saskia, wenn sie für ihre Organisation arbeitete, endlich mit ihr zusammen sein könne. Dann würden sie ihre Gefühle nicht mehr vor Anastasias Vater verstecken müssen. Jene Mann, der gleichzeitig Saskias Boss war. Saskia zuckte unwillkürlich zusammen, als die Erinnerung an den Abend der Entführung wieder hochkam. Die vor Wut bebende Anastasia draußen im Schnee vor dem Palasteingang. Ihr kastanienbraunes Haar im Gegenlicht. Dann ein zweites Bild. Elli barfuß im zerrissenen Kleid, wie sie einen Golfschläger schwingend versuchte, die Prinzessin zu befreien. Nur dass Elli nicht die Prinzessin beschützte. Sie selbst war die Prinzessin. Es hatte einige Wochen kerkerhaft bedurft, bis Saskia darauf gekommen war. Wie hatte sie nur so dumm sein können? Erst jetzt, da sie Zeit hatte, alles zu überdenken, hatte sie die losen Enden dieses Rätsels zusammenfügen können. Elli war die wahre Thronfolgerin des Hauses Wolfson. Lottie Pumpkin war nicht die Prinzessin von Maradova. Sie war eine Porterin, mit dem Auftrag, sich als die Prinzessin auszugeben, um die Identität der echten Prinzessin zu schützen. Elli. Die wütende Furie, die Saskias Windschutzscheibe mit einem Golfschläger zertrümmert hatte und sich von ihr bei dem Versuch, Lottie zu retten, Prügel eingefangen hatte. Saskia starrte die nassen Flecken an der Zellendecke an. Ich muss unbedingt mit Anastasia sprechen, um sie zu warnen. Ein schrilles Piepen alarmierte sie, dass gleich jemand den Raum betreten würde. Ein großer Mann mit vernarbtem Gesicht und einschüchternder Statur kam durch die Tür. Ein Tablett in den Händen. Es war Sir Nikolai Olaf, der Partist des Königs, und gleichzeitig derjenige, vor dem sich Saskia am meisten fürchtete. Er starrte sie unverwandt an, während er das Tablett mit der undefinierbaren Gefängniskost auf den Tisch stellte. Er setzte sich auf den Plastikstuhl neben dem Tisch und holte Luft. Er wusste genauso gut wie sie, wie dieses Verhör ablaufen würde. Exakt so, wie all die Male zuvor. Saskia St. Martin. Sie erwiderte nichts. Griff stattdessen nach dem Löffel, nahm einen grauen Klumpen des Fadenessens auf und ließ ihn zurück auf den Teller plumpsen. Es ist kein Räumen des Faden. Es ist ein Räumen des Fadenessens auf, wenn es nicht von diesem Löffel ist. Es ist ein Räumen des Fadenessens auf und ließ ihn zurück.